Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei InBytes Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich-und-Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszende im Zeichen, okay? Okay, also schauen wir mal. Für Zwillinge, 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 Ich und Du. Ich und Du. Hier ist weiblich, hier ist männlich. Hier schaue ich die weibliche Seite an und hier die männliche Seite. Falls Du sagst, aber ich bin eine Frau, ich sehe mich da bei der männlichen Seite. Dann musst Du einfach bedenken, dass das Kollektivlegungen sind und diese Legung vielleicht nicht für Dich ist. Hier ist weiblich, hier ist männlich. Ich mache das jetzt mittlerweile extra so, damit man dann nicht einfach sagen kann, ah, die Rollen sind vertauscht, ich bin die Gute, er ist der Schlechte. Hier ist weiblich, hier ist männlich, falls es passt, passt es und falls nicht, dann nicht. Okay, ist eine Kollektivlegung. Schauen wir mal. Ich weiß schon, warum viele Rückfragen kommen. Zu aller, äh, wo bin ich denn nun? Ich bin eine Frau, wo bin ich jetzt? Auf welcher Seite bin ich nun? Ja, jener Seite, die Dir eben nicht gefällt. Ja, da, wo Dir, ja, da, wo ich Dinge sage, die Dir nicht so gefallen. Hier ist weiblich, hier ist männlich. Okay. Sind Kollektivlegungen hier. Ja. Es muss erstens nicht immer passen und zweitens, äh, kann es auch sein, dass es Dir mal nicht passt. Ja, aber das, oder ich kann ja nichts anderes erzählen, als das, was ist, gell? Also, schauen wir mal. Was ist hier auf der weiblichen Seite los? Die Sonnenkarte hier. Die Sonne scheint mir aus dem Allerwertesten, sagt die weibliche Seite. Mir ist jetzt alles klar, sagt die weibliche Seite. Ähm, es ist eine ähnliche Energie wie bei Stier. Ich glaube, doch, bei Stier war das auch die erste Karte. Ähm, es ist so, oder so, 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 so der nächste Weg, der sich Dir zeigt, sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass Du, äh, bisher eine Ballast mit Dir herumgetragen hast, die ein bisschen bedrückend war für Dich und das hast Du jetzt abgeworfen mittlerweile, ja. Da ist eine Ballast, die Du abgeworfen hast, Zwillinge, äh, beziehungsweise liebe weibliche Seite. Und, ähm, es kommt mir vor, wie wenn Du jetzt diese Leinwand in Deinem Kopf, ja, wir haben hier ein weißes Pferd, wieder neu bemalen kannst. Ich, 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 ich sehe da vor meinem geistigen Auge so diese Whiteboards da, die, die man vor allem in so Krimiserien zeigt. Es gibt dann doch immer so diesen Beamten, der da eine, eine Wand voll gespickt hat mit, mit Passfotos, Biografien, Verbindungen zwischen diesen Personen, ja. Ja, so eine Art, äh, Mindmap, hm, gibt es ja manchmal. Und, und ich, 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 ich sehe vor meinem geistigen Auge so wie, wie wenn all diese Bilder, diese Spickzettel, diese Verbindungen mit diesen Fäden und all das alles abgenommen wurde und Du jetzt diesen Whiteboard sozusagen wieder neu für Dich hast, um es wieder neu zu bemalen, zu beschriften oder Dinge zu notieren. Okay. Dein Hirn war ziemlich beschäftigt mit irgendetwas in letzter Zeit, aber das ist jetzt vorbei, Du hast Dich davon befreit. Okay. Was ist hier auf der männlichen Seite los? Vier der Münzen hier, hier herrscht Zurückhaltung auf der männlichen Seite. Zurückhaltung, Distanziertheit. Äh, ziemlich verletzlich momentan. Hat Angst davor, dass Du ihn verletzen könntest. Versucht an dem, was er hat, festzuhalten. Gleichzeitig sehe ich, dass es hier finanziell ein bisschen eng wird bei der männlichen Seite. Ja, da gibt es einige Ausgaben, die dieser Mensch jetzt in nächster Zeit bedenken muss, okay? Ist ein bisschen, ne, so dieses, ich halte mich zurück, bis die schwierige Zeit bei mir vorbei ist, ja. Ich halte mich da lieber ein bisschen zurück. Ich kann jetzt momentan mich nicht wirklich auf anderes konzentrieren. Okay. Ist hier bei der Weibchenseite auf Herzensebene los, die Weltkarte hier. Wir haben hier zweimal nackige Menschen. Das ist so dieses Neubemalen. Ist ein Gefühl von Frische, ein Gefühl von Entblößung. So, 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 sich entblößen. Sich zeigen, wie man ist, ja, so, 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 sich natürlich zeigen. Sich ohne Kleidung zeigen, die Kleidung abziehen, abwerfen. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, ähm, liebe weibliche Seite, dass du, dass du dich hier endlich traust, dich so zu zeigen, wie du bist. Okay. Das ist nichts Schlimmes. Es ist, ähm, ganz, ganz, ganz normal, dass man nicht immer alles von sich zeigt, ja. Preis gibt, sich nicht einfach so verletzt, sich zeigen kann. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ja, äh, das tust du, oder das tust du jetzt nicht mehr. Du hast den Mut, hier dich komplett offen zu zeigen, ja, ohne all das, was du hast, sondern das zu zeigen, ja, anstelle von dem, was du hast, das zu zeigen, was du bist, sozusagen. Okay. Das ist die Weltkarte. Das ist dein Abschluss im Herzen. Es kann jetzt hier vorwärts gehen mit diesen zwei Stäben. Kannst jetzt in Richtung Zukunft gucken, sozusagen, ja. Da ist irgendeine Last, die du im Herzen hattest. Es ist ja irgendein Whiteboard, das du da im Herzen hattest und das voll gepinnt war mit irgendwelchen Details da, wo du die Zusammenhänge versuchst zu verstehen und, und, und. Aber das hat sich jetzt gelegt, das ist jetzt erledigt, hast alles entfernt und hast sozusagen Bühne frei jetzt. Es kommt hier eine Zeit auf dich zu, liebe weibliche Seite, wo du sehr hohe Ansprüche stellen wirst. Weil ich habe das Gefühl, wir haben hier das Symbol für Wassermann, hier für Skorpion, hier für Löwe und hier für Stier. Das sind dann alle vier Elemente, die sind dann hier aufgeführt. Es kommt mir vor, wie wenn der Job hier erfüllt hat, die Liebe hier, Freunde hier, Familie hier, oder? Das waren so verschiedene Komponenten, die diese vier Bereiche in deinem Leben erfüllt haben. Und jetzt kommt hier eine Phase, wo du alles auf Null setzt. Siehst du hier diese Null? Es folgt hier auch die Nahkarte im Tarot, auf die Weltkarte. Und wo du dann all das, ja, all diese Befriedigung hier bei diesem Menschen suchen wirst. Okay? Beziehungsweise erwarten wirst. Erwarten, sagen wir erwarten. Sehr hohe Ansprüche. Okay. Was ist dir auf der männlichen Seite auf Herzensebene los? Erst der Stäbe hier. Da ist sehr viel sexuelle Energie in deine Richtung, sehr viel aktive Energie. Ja? Ich will dies tun, ich will jenes tun, ich will das umsetzen, ich will so tun, das tun. Ja? Sehr viel, sehr viel Passion, sehr viel Passion fließt hier in deine Richtung. Das ist die Phalus-Karte im Tarot. Dieser Mensch brennt regelrecht für dich. Ja? Aber all das, was ich vor Ast der Stäbe gesagt habe, hat für dich keine Bedeutung, liebe weibliche Seite. Weil das, was wir in der materiellen Dimension erleben, die Message, die da kommt, dieser Date, der hier ständlich stattfindet, das Kennenlernen, das da stattfindet, die Gespräche, die da durchgeführt werden, die werden alle durch Münzen dargestellt. Okay? Das, was hier in der materiellen Dimension passiert, ist Münze. Klar, Ast der Schwerter steht für Kommunikation, aber nicht im Sinne von, hallo, wie geht's mir, geht es gut, wie geht es dir? Das ist dann, ja, Ast der Schwerter steht für das, was in deinen Gedanken vor sich geht und stellt vor allem Resultate von Gesprächen dar. Okay? Und die Gespräche an sich, diese Zeit, die man da investiert, eben all das, was man da gibt, wird mit Münzen dargestellt. Und davon siehst du momentan nichts. Du siehst diese Aktivität, die da in diesem Menschen herrscht, ja, in deiner Richtung, siehst du momentan nicht. Okay? Dieser Mensch zeigt es nicht wirklich. Okay. Wie sieht dich dein Gegenüber, drei der Münzen hier? Dein Gegenüber sieht dich als eine Person, die es verdient hat, dass man hier langfristige Pläne macht. Ja, also, sieht dich überhaupt nicht eine One-Night-Stand-Geschichte? Gar nicht? Also, man sieht es ja auch hier, würde gern, tut es aber nicht. Ja? Sieht dich gar nicht als eine One-Night-Stand-Geschichte da. Ist der Meinung, dass du es wert bist, dass man hier mit dir gemeinsam etwas aufbaut? Dieser Mensch sagt, dass man mit dir auch aufbauen kann, ja, dass dieser Mensch es sich vorstellen kann, mit dir etwas aufzubauen, sozusagen, ja. Sei es Beziehung, sei es Arbeit, sei es eine gemeinsame Wohnung, mit Zwillingen, mit der weiblichen Seite, Entschuldigung, mit der weiblichen Seite kann ich das, ja, sagt die männliche Seite. Die weibliche Seite ist diesbezüglich verlässlich. Okay? Gleichzeitig hat die männliche Seite... Uh. Was soll das jetzt? Okay. Das ist jetzt eine Message, die so durchgekommen ist, ja, als ich die Karten so angeschaut habe. Du kannst es einfach nehmen und hinter dein Ohr schreiben, ja. Die männliche Seite ist der Meinung, dass du noch sehr viel von ihm zu lernen hast. Wie siehst du dein Gegenüber, der wohnt überhaupt nicht als beständig, überhaupt nicht als klar in Bezug auf den weiteren Weg, ja. Die Emotionen von diesem Menschen sind Pandoras Box für mich, ja. Sehr unbeständig, mal wild, mal gezähmt, mal wild, mal gezähmt, ja. Ist so ein Mensch, der sehr schwer einzuschätzen ist, sagst du, ja. Hier haben wir Hund, hier haben wir Wolf, das Gezähmte und das Raue, ja. Das Raue hier, das Wilde und das, oder ich stelle mir so vor, wie du mit diesem Menschen etwas essen gehst und dieser Mensch, oder, weiss genau, wie er sich da hinsetzen muss, weiss genau, wie er die Serviette da auf den Beinen legen sollte, ja. Da drüber legen sollte, oder Gabel, Messer, macht alles wunderbar, gezähmt, und dann macht dieser Mensch die Klappe auf und da kommt was raus und du einfach denkst, hey, oder. Von der wilden Seite, von der rauen Seite. Ich sehe hier eine ziemlich eloquente Person, die aber sehr eine unkontrollierte Seite an sich hat. Plötzlich kommt da irgendein Zeich raus, wo du so denkst, hey, Alter, hast du mich, oder was? Ja, und jetzt fragst du dich natürlich, was genau soll ich von diesen Menschen lernen? Soll ich lernen, unbeständig zu sein? Soll ich lernen, mich nicht unter Kontrolle zu haben? Soll ich lernen, unvorhersehbar zu sein, ja? Das hat jetzt einige aufgeregt, Freunde, ich weiß, aber ich gebe euch die Messages. Ich gebe euch die Messages. Schauen wir mal. Was sind die gemeinsamen Energien hier? Neun, der Schwerter, der Wagen, sechster Stäbe, umgekehrt. Mäßigkeitskarte hier. Die wollte umgekehrt kommen. Ich halte meine Karten immer aufrecht hier. Ich sage euch einfach eins. Ich bin ja die, die alle zwölf Sternzeichen hier macht. Und ich habe die Übersicht. Für die Übersicht musst du zu mir kommen. Ich weiß Bescheid. Oder du schaust dir alle Legungen an, wie du willst. Die Zeit Ende 2022 bis ungefähr Anfang Februar, November, Dezember und Januar. Ja, sagen wir es so. November, Dezember, Januar ist in der Liebe sehr schwierig. Ist sehr schwierig. Ist sehr schwierig. Ein Hin und Her. Es haben sich Dinge verändert. Menschen haben sich verändert. Man findet wieder von Neuem zueinander. Es ist eine schwierige Phase. Ja, macht euch darauf gefasst, dass einfach die nächsten drei Monate nicht sehr einfach sein werden. Man sieht es auch hier. Man sieht es auch hier. Ja. Für mich ist das gut. Ich werde dann umso mehr Zuschauer haben. Ja, für euch. Ja. Aber stellt euch darauf ein, ja. Und ich sage es euch ganz ehrlich. Erwartet keine großen Happy Ends. Nur Steinbock kann das erwarten momentan. Bei Steinbock läuft es grandios. Wieso auch immer. Aber generell betrachtet ist die Zeit von November 2022 bis Ende Januar 2023 nicht eine Zeit, wo wir sehr viele Happy Ends oder so erwarten dürfen. Okay. Ist eine sehr komische Zeit. Ich hatte das auch, nee, das ist wichtig, bei den Jahreslegungen für 2022. Ich weiß es noch. Ich habe da in der Fortsetzung, musste ich immer noch weiterziehen. Weil in der Fortsetzung von den Jahreslegungen schaue ich ja für jedes Monat Januar, Februar, März, April und so weiter und so fort bis Dezember. Und ich musste da nach Dezember 2022 immer noch weiterschauen. Januar, Februar, März, April und etwas. Weil irgendwie kam immer alles ganz toll bis ungefähr September, Oktober. Und dann im November, Dezember, Januar war da irgendwas, so eine Art schwarzes Loch, eine Art, keiner ist komisch, wie wenn da äußere Umstände wären, die dafür sorgen, dass man sich nicht groß um die Liebe kümmert oder ähnliches. Ja, irgendwie gab es da bei vielen Zeichen im November, Dezember, Januar so diese Rückschritte. Okay. Und da musste ich immer weiterschauen dann, ja, bis dann im Januar, Februar, März 2023. Ja, das weiß ich noch genau. Zwillinge, bei dir ist die Situation so. Die männliche Seite hat hier ein paar Ego-Probleme. Ja, Sex der Stäbe umgekehrt ist nicht gut. Sex der Stäbe bedeutet, dass man hier selbstverherrlichend ist. Okay. Ein Riesen-Ego hat sozusagen. Und mit neun der Schwerter sehe ich, dass du genau das jetzt bei diesem Gegenüber hier siehst. Und vor allem haben wir hier mit dieser Sonnenkarte und der Weltkarte, ja, haben wir diese Energie von Entledigung von allem. Und du, es ist hier 50-50. Ich habe hier siebte Großarkana der Wagen. Hier habe ich vierzehnte Großarkana, Mäßigkeitskarte. Das hier ist doppelte Energie hier. Du sagst, ich bin hier momentan in einer Energie, wo ich auf und davon gehen könnte, ob wir es miteinander schaffen können oder nicht. Ob ich diese weiße Leinwand jetzt mit unserer Liebesgeschichte beschmieren werde oder nicht. Hängt davon ab, wie gut wir hier das Ego meines Gegenübers hier überwinden können, ja. Ob und wie es dieser Mensch einsehen wird. Das spielt hier eine Rolle, sagst du. Okay. Hängt ganz davon ab, ob dieser Mensch hier wachgerüttelt werden kann oder nicht. Es gibt hier Halloween-Rabatt bis um mit 5.11, bis um mit Samstagabend. Den Discount-Code findest du auf meiner Webpage, okay. Ist dort direkt angeschrieben. Ich werde hier mit diesen Karten jetzt schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Entschuldigung. Diese Karten hier werde ich fragen, was die Weibliche vor der Männchen, was die Männchen vor der Weibchenseite versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Ziel gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.